hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren pack opening 15 packs haben heute am start und ohne weiteres geplänkel legen wir los kann es kaum erwarten wieder einmal vom bahnhof es kann nur toll werden und wir starten schon gleich mit tin jedwai arian robben felix platte sebastian rudy bastian urcipka pascal stentl freiburg jakub wachikowski john anthony brooks dann haben wir hier die darmstadt klub logo karte und starspieler max meyer so schön schön weiter geht's limitierte auflage fehlt uns ja auch immer noch das ist hoffentlich kriegen wir mal hin wir haben hier sebastian rode robert lewandowski torjäger lamin sané bremen marco terrazzino rani kedira bruder von sami alexander jowski jonas löstel peter pekarik bochum klub logo das kommt nicht dorthin aber hier haben wir rafael matchwinner sehr schön sehr gut schon ein matchwinner im zweiten pack so startet man doch gerne und das kann gerne so bleiben nikoda in jedem zweiten pack ein matchwinner schauen wir mal ob uns das hier auch gelingt wir beginnen mit marco höger dann haben wir michael gregoritsch simon skarlatidis ken reichel braunschweig gonzalo castro haben wir hier diago alcantara jerome gondorf fabian scher rb leipzig club logo das wollen wir nicht sehen warum mache ich das immer in den stapel und dann haben wir noch kapitän julian schuster vom scf weiter geht's mit marcel risse stefan kulowitz super spiel von st paulia am samstag gegen sandhausen war das war schon richtig klasse arne feig heidenheim jürgen gazzula drei zweitligaspieler hintereinander jetzt gehabt wendel juan bernat florian kainz yinsu kim dann das bayern club logo und timo horn starspieler mit wert von 87 das kann sich ruhig sehen lassen max christiansen macht das nächste pack auf marvin hitz franco di santo janik westergaard neuer transfer dann die blum torjäger und ebenfalls neuer transfer florian niederlechner daniel posinski joshua gilavogi dann haben wir die sandhausen klub karte und matchwinner gonzalo castro das ist echt gute matchwinner bislang okay weiter geht's philip kostic neuer transfer für hsv steht aber nicht dabei routinier aaron hunt daniel adlung 1860 pierre emmerich obameyang dortmund wieder einmal huan bernat roman bürki junio diaz nicht mehr bei darmstadt sondern bei würzburg pierwin schwegler dann klub logo von schalke und wieder ein matchwinner konstantinos stafilidis der embolo kaputt getreten hat aber da bin ich ihm nicht böse für er wollte es ja nicht er wollte ja noch viel mehr kaputt treten nein Spaß jetzt wieder frei fahren wir wieder so nächstes pack startet mit frederick söhrensen albin ekdal gefolgt davon kenreichel tim hoogland wieder einmal diago gavin gampel finn bartels artem fedecki neuer transfer für darmstadt 98 herder bsc klub logo was ist da da ist ein weißer fleck da oben sieht man es und marcel sabica starspieler von den ratten ok weiter geht's na das lässt sich nicht so einfach öffnen was ist denn los ok usman dembélé und thomas müller das sind ja das geht ja kramaric kramaric auch noch alles klar tetian super bmcela soga maximilian arnold marvin komper alexander rinke das lautern würzburg klub logo und rafael metschwiner ein erneutes mal ok gut na sicher kann man ja mal so machen wie viele haben wir da noch wir haben noch sieben stück also die hälfte haben wir erreicht weiter geht's ja geht nicht so leicht auf ok mike franz danny blum rune almanning ja wahrscheinlich sein zweitnamen der ist so hart john cordoba alexander maxim gojko kacar äh der ist mir jetzt ein bisschen weg klasian untelar fabian johnson wosburg klub logo und dahinter versteckt sich noch max meyer den wir heute auch schon mal hatten ja ok philip kostic öffnet das nächste pack dann aaron hunt zwei hsv spieler am anfang das kann ja nichts werden daniel adlung pierre emmerich obama young christian pulisic jonathan ta oder jonathan ta wie auch immer lukas rup benjamin gorka bremen klub karte und itouch sulu kapitän von darmstadt 890 mit dem wert von 77 in der abwehr das ist schon weltklasse so in all den packs immer noch kein es ist ja wahnsinn immer noch keine limitierte auflage es ist ja die chancen stehen ja zumindest für eine bronze eine pro 380 packs und so viel haben wir ja fast schon geöffnet so viele also florian niederlechner nächster pack johannes flum pierre schielbrett daniel caligiuri tero gebre selassi dario lescano sascha rita julian korp jannik habera freiburg gerr die elfmeter karte die elfmeter karte die glaube ich hatten wir noch nicht die taktikkarte elfmeter du greifst an und dein gegner muss mit seinem toyhüter verteidigen ist ja spannend erzgebirge auger klub karte und shinji karte hat man jetzt alle matchwinner von dortmund hier also castro wir werden ich werde es ich werde es schauen ach kein plan schauen wir sehen wir eh gleich in der endabrechnung drei packs noch ok makoto hasebe ähm ame abrashi genki haraguchi gaitan büßmann teodor gebre selassi ein erneutes mal lescano auch sascha rita julian baumgartlinger ok hsv club logo und club ok club 100 thomas müller äh 101 101 ja sowas ist ja super für das video alter ok ähm das ist jetzt keine fake reaktion also damit habe ich jetzt überhaupt nicht rechnet ist ja unfassbar pff ok club 100 101 101 alles klar matthias ostschollek simon zoller felix bastians im vorletzten pack nabi keita juan bernat zum dritten mal bürkje was weiß ich duidiaz duidiaz junier diaz pirmin schwegler bremen club karte und paul fach kapite ok so und das letzte pack hier haben wir noch oh gott oh gott lear bagarada sandhausen ok jonas hektor miso bretschko edgar prip will da auch gleich mit er schaut aber gerne nochmal in die kamera naja wow dann haben wir zum x-ten mal juan bernat und bürkje auch und niklas meisander oliver baumann dortmund club logo und das kapitän dazu marco reuss ist marcel schmelzer nicht eigentlich kapitän für hat tuchel das nicht so festgelegt oder was soll das wie dem auch sei brutale packs heute und wir führen ein resumé darmsteig club logo max meyer starspieler bochum club logo rafael matchwinner rb leipzig club logo julian schuster kapitän bayern club logo und timo horn starspieler sandhausen club logo und consalo castro matchwinner schalke club logo und konstantino stafelidis matchwinner herr bsc club logo und marcel sabice als starspieler würdburger kickers und rafael als matchwinner wolfsburg club logo und max meyer als starspieler werder bremen club karte und itouch sulu als kapitän augsburg club logo und fabian kloos hetrick hält rzgb au club logo und matchwinner shinji kagawa hsv club logo und jetzt kommt klub 100 101 101 thomas müller werder bremen club karte nochmal paul verhach als kapitän und dortmund club logo und marco reuss als kapitän wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr von den packs openings sehen wollt dann lasst doch einen daumen nach oben da und ein abo wäre auch super geil dann weiß ich dass es euch gefällt und wir sehen uns da wieder beim nächsten mal nicht verpassen bis dann und ciao